Der Kriegsblut-Clan wuchs. Schon bald, viel schneller als ich vermutet hatte, gab es nur noch zwei Kriegsfürsten in Falkenheim. Den Plünderer und eine boshafte Mörderin namens Sif. Da viele Anführer des Kriegsblut-Clans als Geiseln gehalten wurden, war der Konflikt unausweichlich. Okay. Skellerburg. Die, 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 die. Okay. Wikinger-Diplomatie. Der Plünderer kämpft gegen die blutrünstige Kriegsherrin Sif, um versklavte Wikinger des Kriegsblut-Clans zu befreien. Auf geht's. Die, 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 die. Das ist barbarisch. Du hast auch schon Skalps genommen. Das zählt nicht. Aber wie er da rumspaziert, der ist eigentlich, der hat fast keine Kleidung an, der Plünderer. Dann warten wir auf dein Zeichen. In der Kälte. Strong. Der kennt Kälte nicht. Ich habe gestern am Layout von meinem Stream gearbeitet. Sieht jetzt nur mehr halb so blöd aus wie vorher. Oh, du streamst auch, Fini? Wikinger sind halt hort. Hort. Das sind wirklich harte Burschen, harte Gesellen. Aber ich kann sie verstehen. Ich mag auch eher die Kälte als die Hitze. Wikinger in Käfigen. Nicht mit mir. Sowas geht nicht. Benommene Kämpfer können die Deckung ihrer Gegner nicht erkennen. Aha. 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 X und dann R1. Okay. Warte mal. Betäubung, Schlag, was? Hä, wie funktioniert das? Das will ich ausprobieren. Komm mal. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ah, jetzt funktioniert es nicht. Ah, das ist egal. Wir später. Zack, da war er wieder. Der gute alte Kiro-Praktiker-Griff. Mal schön einrenken. Den Nacken. Oder ausrechnen. Ja, wie. Ah, komm, was ist denn da? Jemand sieht nicht mal, wann der angreift. So, rechts mehr. Schau mal. Schau mal. Komm her, mein Freundchen. Komm her, mein Freundchen. Oder abrenken. Ja, ich habe gestern fast vier Stunden gezeichnet. Oh. Muss ich auch mal vorbeischauen bei dir, finde ich. Okay. Okay. Oh, ei, oi, oi, oi. Tschüüüü. So, Wikinger in Käfigen. Das geht nicht. Da muss man was machen. Okay. ist halt nicht so spannend warum nicht es kann aber dafür entspannend sein jetzt probiere ich nochmal entspannend schlafen wie bei warum nicht warum nicht was greift mich hier an das ist die falsche richtung oder habe ich mir noch das war wirklich allerletzte heisenbahn hier nicht mehr nicht mehr nicht mehr wer schießt denn da ganze zeit welches scheusal kriegsblutgefangene ich musste sie befreien mein kumpel ist rip oder schade die schnitzel müssen zusammenhalten die schnitzel müssen zusammenhalten die schnitzel von So, einer weniger wäre schon gut. Oh oh. Ich wollte mich gerade heilen. Oh man, von hier auch noch. RIP. 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 Hier haben wir noch eins. So diesmal, wenn ich von hier direkt auf den... Na, ich musste sie befreien. Ey, der zweite greift mich auch an von... Jawohl, sehr gut. Das hat er gut gemacht. Oh ja, das können wir machen, also. Ich habe eine Überraschung für euch. Wuii. Oh, ich muss da oben was machen. Genau, den befreien. Und noch einen Waffenbruder. Wir konnten uns schon. Ich weiß, du bist es! Ich schätze, das war das Zeichen. Aaaaaaah! Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Aber wie einfach nur Plünderer genannt wird. Diese treibende Spannungsmusik. Hahaha. Das sind die Trommeln. Die Kriegstrommeln. Das namenlose Grauen. Genau. Attacke, Leute! Brecht ihnen die Knochen! Brüder und Schwestern! Schwestern, wir werden sie vernichten! Nun hatte der wahre Kampf begonnen. Oh, 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 oh. Das sind schon wieder solche Assassinen. Die mag ich überhaupt nicht. Von kämpextin? Ja. ientos government stuffing! oh! Oh, oh, oh. Oder, oder? Aha! Oh, 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 oh! Ja. Jawohl! Ich habe einmal den Schlag geschafft. Unglaublich. Ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Äh. Das gibt es ja nicht. Was ist denn da jetzt? Endlich. Da kannst du auch was anderes sagen. Ich glaube nicht. Was machst du denn beim Kriegsblut-Clan? Plümer. Du redest zu viel. Die dreht schon ein bisschen durch. Hä? Die geht ja mal ab. Ja. Boah, die geht übel ab. Jetzt soll er passen. Scheiße. So schnell kannst du ja gar nicht umändern. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So schnell kannst du ja gar nicht, äh, Richtung wechseln, wie die angreift. Zeph hatte mehr Leute, aber der Kriegsblut-Clan hatte mich. Das gibt's nicht. Wie schnell die angreift, das ist echt heftig. Und immer, wenn sie angreift, kann ich nicht... Fuck. Aber der Kriegsblut-Clan hatte mich tot. Scheiße. Wie schnell sie angreift, das ist Wahnsinn. Ich kann nicht mal parieren. Okay, die ist knackig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich versuch das Muster gerade ein bisschen zu lernen, aber... Ein Schlag geht immer durch. Okay, vielleicht ausweichen, ja. Ins Feuer, ja. Das ist gut. Das ist gut. Es geht nicht, wenn ich... Wenn sie angreift, kann ich nicht. Das hier ist ein Scheiß-Stab. Fuck. Ach, komm. Wenn ich mit dir fertig bin. Wenn ich mit dir fertig bin. Ich bin schon tot. Was redest du? Wenn ich mit dir fertig bin. Wie schön, dass ich hinlegte, ja. Ey, Martin. Servus. Wie geht's? Alles super. Danke dir. Komm hier rein und bekomme erstmal eine Live-Köpfung ins Gesicht. Ah, tut mir leid. Das ist natürlich... Ich meine, ich bemühe mich, aber... Leider ist die ziemlich... Schwierig. Wie geht's selbst? Alles tutti frutti bei dir? Nein, der Martin... Der Martin, der... Der lörkt eh ab und zu hier. Das weiß ich. Das war... Der schreibt noch nicht immer im Chat. So, auf ein neues. Ach, die greift viermal an. Das ist skandalös. Du bist ein Nichts. Du bist ein Nichts. Ah, jetzt weiß ich, wie ich sie knacken kann. Du kannst mich nicht besiegen. Oh ja. Kann ich nicht. Oh shit. War es nicht im Feuer? Nicht im Feuer! Der Kriegsblatt ist geschenkt. Das Feuer. Käse. Hä? Was geht mit ihm ab? Hä? Hä? Was war das? Was war das? Ach, geil. Ja, bei mir wie immer ein bisschen stressig mit Schule und so, aber sonst geht's eigentlich ganz okay. Na, passt. Ich werde auch wieder vorbeigehen, Martin. Bug Report. Mann. Ach. Genau, der Kriegsblut. Plan. Plan? Was? Plan? Plan! Hä? Wie hat die das jetzt geblockt? Was? So, Konzentration. So nicht. Schau, schau es an. Jetzt ist irgendwie... Du kannst mich nicht besiegen. Holy shit, das war stark von mir. Ich spiel Playstation 4. Grad. Die Story. Grad den Story-Modus. Ich spiel den Story-Modus. Sif hatte mehr Leute, aber der Kriegsblut-Klan hatte mich. Glaubst du, du bist besser als ich? Na, vielleicht einfach immer nur angreifen. Na, das ist keine gute Idee. Wohl, vielleicht. Boah, wie schlecht sie ist. Das ist Wahnsinn. Nein. Nein. Nein, ich verfluche mich selbst. Ich verfluche mich selbst. Ich hätte es fast gehabt. Niklas sagt, er rastet im Multiplayer aus. Tommy rastet bald im Singleplayer aus. Ja. Ja. Aber ist egal. Ist ein bisschen eine Herausforderung. Ja, wenn es absolut nicht geht, dann schalte ich halt wieder zurück auf normal. Ja. Ich schalte ja Schwierigkeitsgrad wieder normal, aber ich würde die schon gerne auf schwierig besiegen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie... Das ist so... Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich Sie dann da hinrichten und den Rast von euch Kriegsbrutschwächlingen... Jawohl. Glaubst du, du bist besser als ich? Jetzt mach ich es. Jetzt mach ich es. Jetzt ist es... Easy. Easy. Es ist einfach so. Easy going. Und... Ach, fuck you. Fuck you. Ich bin die größte Kriegerin aller Kriegs. Nein, bist du nicht, oh mein Gott. Oh, scheiße. Ach, Mann, Mann. Aber der Kriegsblut-Clan hat er mich. Ich verstehe nicht, warum das nicht... Nein, nein, nicht wieder im Feuer. Nein, nein, nein. Oh, die ist... Schuss, ich habe keine Animationen und greife mich an. Was soll denn der Blödsinn? Ah. Schuss, Mann, schuss, Mann. Das ist... Das ist voll Käse, wenn die keine Animationen haben. Oh, mein Gott. Ich drehe durch. Mit der. Glaubst du, du bist besser als ich? Ach. Ich habe nämlich auch schon eine Zeit lang überlegt, mir 4 Honor zu gönnen. Ich habe immer nach einem Partner dafür gesucht. Wenn du mal mit einem richtigen Anfängerspielen magst, kannst du es ja sagen. Ich muss mir in nächster Zeit wahrscheinlich auch... Es ist kostenlos auf Playstation Plus, Martin. Und eigentlich wollte ich nur Singleplayer spielen, weil... Und außerdem, ich bin selbst ein Anfänger, Martin. Also... Ich habe gerade erst heute begonnen. Ich hatte auch schon... Ich hatte auch schon... Leute hier im Chat, die mich mehr oder weniger wegen meinem Spielstil ausgelacht haben. Ja, nicht ausgelacht, aber... So... Auf die Art, so interessant, wie du kämpfst. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich sonst kämpfen soll. Ich muss kurze Angriffe machen. Aha. Ah, jetzt hat es klappt. Ja, jetzt wieder nicht. Das ist... Keine Ahnung. Komisch. Ja, brenne. Brenne. Man kann halt nicht parieren. Ich kann nicht parieren. Boah, und immer wenn ich weniger Leben bin, dreht die voll durch. Ja, genau. Genau das immer. Geben halt psychologischen Schaden, wie es bei Frauen so... Scheiße, nein, 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 nein. Der Kriegsblut gelan hat er mich. Fuck. Fuck. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich Sigander hinrichten und den Rest von euch Kriegsblutschwechlingen. Nein, nein, nein. Weiß doch raus. Weiß doch raus. Scheiße. Die macht so unglaublich viel Schaden. Heftig. So, jetzt aber. Ich verstehe... Ich verstehe dieses... Dieses... R1 plus R2. Das drücke ich doch immer. Warum macht er das nicht? Ich verstehe es nicht. Der macht das nur ab und zu irgendwie. Jetzt habe ich es wieder gemacht, aber er macht es einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe noch sehr viel in diesem Spiel noch nicht. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich Sigander hinrichten und den Rest von euch Kriegsblutschwechlingen. Ja, da haben wir PS Plus regelt, aber ja, wie gesagt, wenn es magst, können wir gerne gemeinsam Multiplayer zocken. Muss aber nicht sein, wenn es nicht magst. Ja, vom Multiplayer bin ich eher abgeneigt, weil das... Ich denke, als Anfänger musst du das halt wirklich einfach... Weiß nicht. Mindestens viermal pro Woche spielen oder so. Und das habe ich jetzt eigentlich nicht vor, weil ich das so lang spielen werde. Ich habe mir überlegt, vielleicht hole ich mir noch den den Arcade-Mode. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, blocken geht auch nicht immer. Das ist auch komisch. Weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, aber... Der Kriegsblutclan ist Geschichte. Ach, nicht blocken. Dieses... Dieses... Viereck halt. Haaah. Hm. Mach das, Kondomi. Mach das. Wir fangen mehr Leute. Aber der Kriegsblutclan hat denn mich. Glaubst du, du bist besser als ich? Ich bin die größte Kriegerin aller Zeiten. Ich bin die größte. Ich bin die größte. Hey, hey. Jetzt hat es klappt wieder. Aber ich verstehe nicht, wann das immer funktioniert. Es funktioniert nicht immer. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben gegen die? Und immer, weiß ich nicht, ein oder zwei Balken fehlen. Aber der Krugsblut-Klan hatte mich. Ich hoffe, ich habe das schon gekriegt. Der Krugsblut-Klan ist Geschichte. Glaubst du, du bist besser als ich? Oh oh. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich Stigander hinrichten. Und den Rest von euch Kriegsbruch schocklingen. Die macht so viel Schaden. Komm jetzt. Ja. Und. Chiropraktiker. Yes. Das alte Blutrecht sitzt tief in unserem Volk. Yes. Es war Zeit, unsere übrigen Gefangenen zu befreien. GZ-File. Danke dir. Wo wart ihr so lange? Fikinger suchen, die dich noch nicht hassen? Nein. Hab Dank, Krieger. Enttäusch mich nicht, Jarl. Oh. Du gefällst mir. Enttäusch mich nicht, Jarl. Gute Antwort. Nur in wahrer Blinderers Zeit, unser Geburtsrecht einzufordern. First Try. Ja, selbstverständlich. Genau. Easy. Warum war die Mission so easy? Das war was. Das war was. Die Wikinger vereinten sich. Und das sehr schnell. Nun wandten sie uns ihrer Aufmerksamkeit zu. Ich ließ einige meiner schwarzen Felsleute in Falkenheim, um die Werften dort zu überwachen. Stigander, der neue Jarl, wollte uns diese wieder abnehmen. Okay Leute, aber ich bin ganz kurz AFK, ich komm gleich wieder. Bis gleich.